Ja, weil ich damals immer so einen Ausschlag hatte, aber egal. 3, 2, 1. Ja Leute, was geht ab? Willkommen zurück hier auf den beschissensten Kanal auf ganz YouTube. Deutschland. Weltweit. International. So, mein Name ist Musi, das ist der Güven, das ist der Bruder. Wir sind hier in Düsseldorf auf der Rhein-Kir-Mist. Wir haben wieder Geld dabei. Und die Aufgabe ist, in 10 Sekunden eine Banane aufzuesen. Wer schafft das? Hättet ihr das geschafft? Schreibt schon in die Kommentare. Und bleibt bis zum Ende des Videos dran, denn es gibt wieder was zu gewinnen. Also nicht vorspulen, vorspulen. Nehmt euch die Zeit und lasst die Werbung laufen, damit wir Geld verdienen, oder? Was bringt die Gewinnern? Okay, die Gewinner vom letzten Video sind... Oh nein, da. Da? Da. Da. Okay, los geht's. Gib dir wieder doch einen Daumen nach oben, ich jetzt schon mal. Wir haben hier auch schon den ersten Kalendaten. Dein Name? Justin. Justin. So, die Regeln sind, in 10 Sekunden musst du die Banane im Mund halten. Dann kriegst du die 5 Euro. Okay? Okay? So. 3, 2, 1, go! Stella, Stella! Klapp, klapp! Mit Schale? Klapp, klapp! Mit Schale? Klapp, klapp! 5 Sekunden! 5 Sekunden hat der gebraucht! So! Bitteschön! 5 Euro! Jetzt hier! Wegschmeißen! So, es geht weiter! Wie haben wir den? Sami! Sami! Aus dem Monheim! Sony muss aus dem Monheim! So, das ist deine Banane. Du kannst dich schon mal schälen. Schön machst du das. Soll ich 10 jetzt runter? Du hast 10 Sekunden, okay? 3, 2, 1, go! Stark, stark! Krieg welche Woche? Hier die 5 Euro. Kannst du was essen gehen? Okay! So Freunde, da haben wir weitere 2 Kandidaten am Start. Und zwar ist das die liebe? Nicole. Die Nicole und die? Melissa. Die Melissa. Die glauben, dass sie das nicht schaffen. Aber ich sage, die werden es schaffen. Fünfer pro gegessene Banane, beziehungsweise die muss einfach nur im Mund sein, die Banane. Seid ihr ready? Ja. 3, 2, 1, go! Weiter, weiter, weiter! 4 Sekunden sind gerade vorbei. Könnt das noch? Weiter, weiter! Einmal im Mund! Einmal im Mund rein! Zwei! Okay, stopp! Wie hat's auch irgendwann geschafft? Wie hat's geschafft? Wie hat's geschafft? Ein Fünfer hat sie geschafft. Was war los? War da irgendwann vorbei oder was? So! Okay, super! Alles klar! Ich würde sagen, wir machen weiter. So, wir haben jetzt auch die nächste Freiwillige hier. Neben mir steht die? Zeynep. Zeynep. Okay, hier ist deine Banane. Du kannst sie schon mal schälen. Du hast 10 Sekunden Zeit. Okay, 10 Sekunden. Wenn du's schaffst, gehören die 5 Euro dir. 3, 2, 1. Komm, gib Gas! Du musst dich aufessen! Du musst dich aufessen! Einfach weiter! Du musst dich aufessen! Komm, komm, komm! Komm, pack noch 5 Sekunden drauf! Komm, komm, komm! 2 Sekunden drauf! Du musst dich aufessen! Okay, wir lassen dich mal weiter essen in Ruhe! Genieß deine Banane! Wir haben noch eine Freiwillige! Wir haben jetzt auch die nächste Freiwillige hier. Ich habe neben mir die. Die Valeria! Kennst du die Regeln? 10 Sekunden. Und dann gehören die 5 Euro dir. Okay, hast du die Zeit? 3, 2, 1, go! Okay, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. 5 Sekunden noch. Oh, geschafft! Geschafft! 5 Euro, 7 Sekunden geschafft! Sehr gut, sehr gut! Okay, was passiert hier? Wir haben hier drei freshere Jungs. Wir wollen ein paar Dance-Moves auspacken. Komm! Go, go! Okay, Jungs, the stage is yours! Ich fahre! So, die nächsten wollen hier Glück versuchen. Ich habe hier den. Alpi Ismail. Okay, Jungs, ihr habt 10 Sekunden. Ihr müsst diese Banane aufessen. Ihr könnt schon mal schälen. Ich zähle runter. 3, 2, 1, go! Stark! Stark! So, komm! Das lassen wir auch gelten. Jeweils 5er. Starke Leistung, Jungs! Bitteschön! Haut rein! Wir haben hier schon 20 Runden gedreht und suchen Freiwillige, aber die meisten überwinden sich nicht, trauen sich nicht, ich weiß nicht, denken das ist zu peinlich. Was ist los in Deutschland? Ich meine, eine Banane zu essen ist doch... Gesund! Alltäglich oder nicht? Gesund! Kann es sagen, dass wir etwas zu laut sind? Keine Ahnung, ich gehe auf Nummer sicher und schrei. Aber wenn mir jemand 5 Euro geben würde, damit ich eine Banane esse... Und das ist ein Stundenlohn, nicht mal Stundenlohn, das ist ein Minutenlohn. Ein Sekundenlohn! Ein Stundenlohn von 45 Euro. Äh, nein, falsch gerechnet. Da haben wir eine Freiwilligenkandidatin. Ja. Und zwar, wie heißt du mein lieber? Justin. So, Justin. Du hast 10 Sekunden Zeit für meine Banane zuerst. Machst du mit? Du kriegst 4 Euro. Banane, 10 Sekunden, dann kriegst du 5 Euro. Justin, ab 3, 2, 1, GO! Wow, 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 wow. 3 Sekunden sind gerade vorbei. Komm. Runterschluckeln. Zeig mal die Schale. 3 Sekunden noch. 3 Sekunden noch. Komm. Ah. Oh, doch. 2 Sekunden. Aber du hast den Ballang. Ich hatte den Frühstöße. 5 Euro. Wir gehen dir trotzdem. Wir gehen dir trotzdem. Danke. Können wir noch bildern nochmal. Jetzt nie. Doch nie? Ja, weil ich damals immer so einen Ausschlag hatte. Aber egal. Lieber Gott, bitte verzeihen. Aber egal. Aber egal. Aber egal. Alles für dich. Klicks, klicks. So, meine Damen und Herren. Zufälligerweise haben wir ein Chiquita-Muss-Kostüm dabei. An dieser Stelle liebe Grüße an Ashtar. Jeder, der Ashtar kennt, soll man bitte unter dem Video kommentieren. Hashtag Ashtar. Chiquita-Chiquita-Chiquita-Chiquita-Chiquita-Chiquita-Chiquita-Chiquita. Und zwar haben wir den lieben Okan. Den Okan. Und der Okan wird für einen Zehner den Anschub anziehen. Und mit uns gemeinsam hier Faxen machen. Mal schauen Okan, was du drauf hast. Zieh den erstmal an und dann geht's los. Okay, so Okan, bist du ready? Ja, ich bin ready. Geil. So Okan, du musst jetzt zu jemandem gehen und sagen, ich bin eine heiße Banane, willst du mich schälen? Okay? Ich geb dir mein Handy, dann kannst du damit aufnehmen. Zwei Blondinen, siehst du die? Genau, die da sitzt. Die beiden, okay? Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey ladies, ich bin eine heiße Banane, wollt ihr mich schälen? Ein advertiseraler, okay? Aber大家 ja schon mal richtig. Hey Guys, ich bin eine heiße Banane, könnt ihr mich schälen. Ich bin eine heiße Banane, könnt ihr mich schälen? Ja. Warum nicht? Ich bin eine heiße Banane, könnt ihr mich schälen? Können Sie mich ziehen? Können Sie mich ziehen? Wollen Sie mich ziehen? Nein. Okay, schade. Ruhig eine andere. Was hast du gesagt? Wieso nee? Du hast so lange gedacht, haben die nur nee gesagt? Ja, vallah. Nicht diskutiert. Okay, Okan, guck mal. Du hast es geschafft. Du hast die Eier gehabt. Aber wo ist der Zehner? Okan, hat wirklich Eier bewiesen. Wirklich Eier bewiesen. Dafür gibt es dann Zehner, Okan. Willst du jemanden grüßen? Nein. Nein. Willkommen zurück zu... Das war... Das war's vom Video. Wir hoffen, ihr habt Spaß dabei. Wir hoffen, ihr gönnt uns wenigstens einen Daumen nach oben, der kostenlos ist. Eine... Nee, warte mal, warte mal. Ihr könnt wieder was gewinnen. Ihr könnt wieder was gewinnen. Also ihr könnt trotzdem einen Daumen nach oben nehmen, aber ihr könnt wieder was gewinnen. Schon wieder? Was könnt ihr heute gewinnen? Warum muss ich jedes Mal aufsuchen? Ich hab keinen Plan. PSN-Karte 10 Euro. PSN? PSN. PSN-Karte 10 Euro. PSN-Karte 10 Euro könnt ihr gewinnen. 3... 10 Euro PSN-Karten zu gewinnen. Ja. Und nochmal ein riesen, riesen Shoutout an YouTube. Wir geben Geld aus. YouTube entmonetarisieren unsere Videos. Was bleibt unserem Strich übrig für uns? Minus. 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 Also Freunde, damit ihr die 3 PSN-Karten gewinnen könnt, müsst ihr einfach nur die Glocke aktivieren, unter diesem Video eure Instagram-Namen kommentieren und uns auf Instagram folgen. Das war's. Easy peasy. Let me see. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.